Hallo! Servus! Ja? Mach die Musik auf, ich will dir ein Spiel vorschlagen, was Wolli da angefangen hat. Wo ist denn? Also folgendermaßen. Bei dir ist das aber was anderes zu sagen. Bei dir ist das aber was anderes zu sagen. Bei dir müssen wir 20 Gutscheine nehmen. Wo ich denn? Wenn du jetzt zum Beispiel 20 Gutscheine bekommst, ja? Ja! Müssen wir alle hier den machen. Egal wann und wie. Auch mit den Verfolgungsseiten. Ja. Und hier reicht ne Fünfer. Ein Fünfergutschein. Die scheiß Twitter. Das war Wollis Idee. Das war Wollis Idee. Okay, mehr Energie! Was ist mit dem Turm passiert? Ach so, jetzt geht's weiter. Oh, ich bin so sauer. Also, irgendein Spasti. Doch! Der nichts zu tun hat. Hat bei Fischern ins Bett gepisst. Wer denn? Opa. Der Opa von Stein. Opa? Ist ein Opa von Stein. Nein. Unser Opa. Nein, ist nicht unser Opa. Nein, der gehört nicht zu uns. Nein, der gehört nicht zu uns. Hey, freilich. Du warst immer dabei. Nein. Aber noch nie dabei. Opa? Du meinst jemand anderen. Nein, nein. Ja! Oh nein. Nicht boxen, bitte. Ich will Grafitten machen. Haben wir schon gestern alles gemacht. Überall steht Franzl. Ja, und? Ich werde weiter machen. Oh. Alle Tosen weg. Ja, am Baumarkt müssen wir neue kaufen. Gucken wir uns bei Bärm noch welche kaufen? Ja. Da müssen wir da hin. Ja, halt. Geht los! Oh. Aber, aber, da stehen wir da jetzt nicht. Ich bin am Lager. Was machen wir denn jetzt eigentlich noch? Das sind die größten Beta, wirklich. Wo sind die Grafitten? Ach so, wir mussten vorhin jemanden eine Lektion erteilen. Aus Versehen. Was heißt aus Versehen? Tanzen! Warum, was sagt der Mann? Oh, scheiße. Wie war? Sind wir noch gar nicht wandelt? Ja. Beim letzten Mal? Äh, nö. Gar nicht? Nö, gar nichts. Aber lest ihr mal bitte den Weasel News-Beitrag durch, falls es ist. Was ist der für ein? Ja, da gibt's Graaufnahmen, wie wir die Geiseln hinrichten, um so'n Scheiß. Hm? Äh, verpixelt oder nicht vorpixelt? Nett verpixelt. Ja, dann werden wir doch safe wanted sein. Doch, wir sind ja pixel alles gut. Äh? Da steht der Transylvania, aber nix. Wir waren schon draußen mal in Kontrollen, gar nix. Es ist nix passiert. Ach so, so hatten wir auch gestern schon voll gesprayt. Und was? Oh, das wird glaube ich nicht passen. Ne! Pssst! P-A-N-I-N. A-N-I-N, oder? Wird aber ja. Oh ne, warum ist denn das so groß? Oh, das ist ja scheiße. Ja, mach Französ. Was? Was? Was ist eigentlich aus unseren roten Haaren geworden? Diese tolle Hunter geworden. Ach so, weltoffener? Ja. Ach so, wenn du prein siehst, ne? Ja. Das war halt nicht wir, die seine Handynummern Würfelpark gesprayt haben. Oh nein, das geht ja auch! Stimmt! Der hat mich grad ziemlich erbost angerufen, der muss ziemlich verpasst und viele Anrufe haben. Oh nein! Wie viel Scheiße wird damit gemacht? Oh, boll, ihr musst ab und zu mal kurz verschwinden und putzen gehen, glaube ich. Oh nein, so schön! Mhm. Ich war einmal täglich zu den Pylonen ins Headquarter und schreibt der Franzylvanien auf die 1. Und die waren auch schon oben bei uns und haben unsere Bude komplett voll gesprayt mit Nix. Ja, haben einfach nix aufgeschrieben. Nix! Dann haben wir eventuell das SO voll gesprayt mit Franzylvanien an die Wand geschrieben und Grüße aus dem Wald. Ähm. Etapé haben wir voll gesprüht. Dann habe ich der Pylone noch eine Nachricht hinterlassen mit WoPylone. Oh, wir müssen tanzen! Ah! Na ja! Das war's! Scheiße! Oh! Dürfen wir sie gleich plattouten dafür? Ich hör nix! Nein! Was ist die Bestrafung, wenn sie nicht mitmacht? Warte! Warte! Was ist die Bestrafung, wenn einer nicht mitmacht? Ich würde sagen, muss selber Gutscheine verteilen, aber ich glaube nicht, dass sich da jeder mitzieht. Fünf, drei, sieben, acht, eins, eins. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Verschwinde Mandel! Das wird der Jäger zum Gejagten! Also, wie soll man jetzt? Jetzt mal zur Frage zurück von Berlin, wie soll man es eigentlich damit umgeht, dass der Fischer Franzylvanien halb abgerissen hat? Wollen wir ihn weg? Mach mir Bescheid, wenn wir ihn haben, dann komm ich! Warte! Scheiße! Ah! Ah! Nichts passiert! Oh, da ist ja alles wohl! Jo, jo, jo! Servus! Aua! Wo ist hin? Nix! Was bist du denn laut aus Gucci bei dir? Ui! Ich... Ähä! Ich habe einen Schwammkopf gekauft! Einen Schwanzkopf? Einen Schwammkopf! Achso! Einen Schwammkopf! Okay, dann viel Spaß! Mach ein! So, wo sollen wir sprühen? Ich will mal was ausprobieren, glaube ich! Was denn? Jetzt habe ich Angst! Wir brauchen mal eine Mauer! Oh nein! Schau mal! Was? Ne, ich will gleich mit dem etlichen Kommentar, ich kenn die nicht! Kann wir jemanden abholen? Wie denn? Der Dörte! Jo, da los! Alles am Sägewerk! Das ist cool! Naja, fast Lyrik-sicher! Ja! Igitt! Mal rüberknack! Willi! Du! 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 Eigentlich wollte ich meine Fake-Bombe drauf machen, aber die konnten sie in den Hand nehmen, die ist so schwer! Na toll, jetzt gibt's wieder Wanted für Kiki! Du! Hast du einmal drauf geschossen, du Verrückte! Äh, selber verrückt! Ich hab nehm meine Pistole, aber ich muss erst mal gucken, was ich dabei hab! Ich hab gar nichts dabei, außer meinen Stock! Ich hab einen Baseballschläger noch dabei! Den hab ich auch immer dabei! Den hab ich auch immer dabei! Schwimmwesten! De Pops! De Port! Was ist Schwimmwesten dabei? Ich hab mal Funke mit dabei! Das packe ich mal schnell in meinen Hintern! Äh, okay! Ne goldene Schlüsselkorte! Und ne Feile, die schiebe ich mir auch nach hinten rein! Ach du Scheiße! Als rein in den Schlund! Ey, warte mal, hol mir nicht jemand abgerollt, warum ist die denn so leise? Dörte? Dörte, die ist noch schüchtern! Warte mal! Warte mal, mach mal schon wieder in der Süd! Ich will im Graffiti schauen! Hobe, hier sind nicht viele! Oh, gut! Oh, gut! Oh, gut! Oh, gut! Oh nein! Aua! 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 Geil! Einfach mal Querschläger! Safe in Gravities, oder? Oh, der war ne Rolle! Der war ne Rolle! Mit Attack! Alter, der ist nur noch ein... Okay, alle tot! So, fahren wir jetzt vorbei! Opfer! Alter, hinter uns kommt einer noch gerannt! Warte, Juri! Mach mit! Das ist schön langsam! Der hat keine Waffe! Der kommt mit dem Knüppel! Mit diesem Einhorn-Knüppel da! So, jetzt die Falle! Nein sammeln und Abfahrt! Ich glaube, ich muss mal vorbei kommen mit Musik! Mein Herz schlägt schnell rein! Du Schwein! Hä, aber jetzt wirklich? Das sind wirklich wenig Gravities! Ja, aber denken, dass es aufzeit ist, ähm... Geht nicht überall so! Warum? Weil manchmal machst du es ja um Auftrag und willst es verkaufen! Den Abzug davon, weißt du? Ey, jetzt stellt euch vor, wir hätten dort neben denen gerade tanzen müssen! Oh mein Gott, bestreicht doch nicht! Na, wie geht's euch? Na, wie geht's euch? Hm, gut! Sind Sie ein Triebtäter? Triebtäter? Ich krieg mir durch die Nachbarschaft, habe in den letzten Jahren nur an dich gedacht! Hm, hast du eine Ache? Meine Tränen kriegst du nicht! Das sag ich dir schon mal so, wie es ist! Lange Fingerspinel, Mann! Wir sind bei 72 Dollar! Ich mach 73! 173! Boah, ich spinn die Hosen! Wolltest du das Fenster noch ein Stückchen runter machen! Ich such doch grad den Hebel doch! Wannerschön! Drück doch einfach auf den Knopf! Waisy little small! Du, warte! Ey! Ben! Ja? Ich weiß nicht, was du hast hier verbreiten! Ich hab jetzt Pylone da drüben dran gesprüht! Mach mein rotes X fertig! Mit Schwarz und Brandung! Da kann nichts Gutes... Pick dich! Du blöder Penner! Ach, das ist bodenlos! Kann man nur so sein! Hier kam ein Fallverbot! Sorry, aber dafür hast du dir jetzt schon eine verdient, ne? Aua! Das tut weh! Ja, solltest auch! Nein, diese Mücke! Fick dich! Stirb! Oha! Hab sie nicht getroffen! Mücken sind so provokant, wirklich! So wie dein Gesicht! Aua! 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 Wir haben ein Spiel unter uns, wenn man eine Zehnerpumel bekriegt. Muss man dazu tanzen? Wir waren hier mit Lili und da bin ich abgespürt. Ach so. Wo ist der Hild reingeflogen? Der ist irgendwo abgestürzt in einem Haus. Ich habe den Feindfirm so spät gezogen. Nein. Ich bin da gerne hängen geblieben. Ich wäre mir so allgemein. Mann, das ist der Hild kaputt. Das ist gerade mal für 15 Dollar. Ja, du hättest auch notlanden können. Nein, das muss sofort gemacht werden. Was machen wir? Ich habe mir auch eine Weile. Ich dachte, wir wollten jetzt Autos abschleppen. Nein, darf keinen Abschlepper nehmen. Warte mal, ich darf keinen Abschlepper nehmen. Aber Colin hat gesagt, dass ich nicht den großen Hild nehmen darf. Matrix getrippelt. Ich muss zur Halle. Zur Halle? Welche Halle? Ich muss eben nur umhoffen. Ey, aber warte mal, wir schleppen das für euch ab. Aber wenn die auf uns schießen, macht ihr sie von unten weg. Deal? Okay. Gut. Danke. Bis gleich. Haltet euch bereit. Oh, wie wollte es nochmal mit den Haken? Nein. Hau auf die Haken, glaube ich. Ah, da ist er. Oh, oh. Und weg damit. Wo sollen wir die denn hinbringen? Weiß nicht, hat er es gesagt? Weiß nicht. Einfach nur abschleppen. In den abgeschlossenen Bereich? Hat die Groove hier noch eins drin vielleicht? Willst du mal fragen, ob das grüne Ding gehört? Okay, die sind gleich da und gucken die sich das an. Warte, wir bringen für euch. Okay, viel Spaß euch. Danke. Tschüss. 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 Ich brauche unbedingt Wurst zu essen. Ja. Ja, ja, ja. Oh, scheiße. Jetzt ist mir der Rotor abgebrochen. Oh nein, wie das denn jetzt? Du musst nur laufen. Na super. Mann, ey, wie? Ihr seid schuld, Chat. Jetzt ist unser Heli-Content kaputt. Oh, du hättest auch nicht an der Leitstelle. Oh, die Leitstelle ist an Andreas Halberlose. Sprich mal da, wir sind 40. Oh, Servus. Ich bin Rutschlein-Rotentäter. Und 20 Monate. Ja. Wenn sie auflegen, dann werden sie mich nicht mehr hören. Das ist logisch, ja. Wo befinden sie sich denn gerade, Sir? Ich will keine Streifen in Downtown sehen. Haben Sie es verstanden? Ich will ja ordentlich Graffitees machen. Ich habe eh keine Streifen. Alles gut. Ich habe noch sieben Personen auf der Straße. Sie sind alle gleich außer Dienst. 300 Leute auf der Straße und sieben davon sind gerade noch. Kompassendienst. Tschüss. ano Also kitaressalowbexs. Vielen Dank.